Bis 1000 Jahre sitz ich ja noch. Wir sind im Finale, oh wir sind im Finale, Leute, wir sind im Finale! Ja! Nein, 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 nein. Und die Trumpets, they go. Und die Trumpets, they go. Yo, moin Leute. Herzlich Willkommen wieder zurück bei einer weiteren Folge bei çıkaroneTV. Und diesmal spielen wir wieder ID's Challenge, Leute. Alter, wir spielen wieder ID's Challenge. Ja, und ihr wisst ja, dass es schon sehr, sehr lange her ist, wo wir jetzt die Challenge-Geschichte haben, bestimmt schon über zwei Monate, wenn überhaupt. Aber denke ich schon mal, noch länger sogar. Und diesmal ist die Challenge von Uplugs. Er schreibt, ich muss mir in Endergames alle Waffenrüstung selber craften und wenn ich es nicht schaffe, muss ich mir meine Abmoderation in sechs verschiedenen Sprachen sprechen. Das bedeutet, ich sage immer zum Schluss, Werden nicht vergessen, Abonnier nicht vergessen und bla bla bla, das muss ich dann in sechs verschiedenen Sprachen sprechen, wenn ich es nicht schaffe. Ich habe hier oben links, genau, bling, jetzt einen Counter eingeblendet, da steht jetzt JohnnyTV.3, wir haben ja drei Versuche wieder und bei jedem Versuch, den ich verkacke, wird dann die Zahl runtergesetzt, dann nur noch zwei, eins und dann haben wir komplett verloren. Wenn wir es denn noch schaffen, dann freue ich mich natürlich. Ich hoffe, dass wir es diesmal schaffen, Leute. Und ja, es wird jetzt wieder häufiger als Challenge kommen. Ich habe mir gedacht, ich haue jetzt wieder als Challenge raus, kann ja wohl nicht wahr sein. Challenge wird auf jeden Fall nicht vorbei sein. Einige, viele dachten ja schon, dass es vorbei ist, aber es wird nicht vorbei sein. Ich habe übrigens das Kit Holzfäller genommen und ich spiele ohne Text, oh, das war der Mann. Ich habe das Kit Holzfäller genommen und erstmal ohne Text-Repack, weil ich vergessen habe, das zu wechseln, weil ich oft 1.8 immer spiele und da habe ich leider noch kein Text-Repack. Das ist etwas, ja, blöd geregelt, ähm, aber wir suchen uns jetzt erstmal einen Baum. Und jetzt ist die, ja klar, jetzt habe ich es mit Diamanten. Na doch, da gibt es Bäume, ich wollte schon sagen, Alter, ich war so ausgetippt, ne? Okay, nice, 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 nice. Dann gehen wir erstmal schneller hinterher und holen uns einen fetten Baum. Und dann bin ich ganz ein Tokama Crown. Hä, singe ich da? Ja, also wie gesagt, bitte jetzt unter dieses Video wieder richtig viele Challenges schreiben, damit wir dann auch, ähm, die Serie noch schön wieder weiterführen können. Das würde mich natürlich auch noch freuen. Wo bekomme ich das ganze Holz her? Ich will gar nicht so viel Holz haben. Äh, auch unseren Stock. Was ist das? Das ist einer. Oh, scheiße! Da kommt einer, da kommt einer. Wir haben ja noch Trank der Vergiftung. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Den Honig mehr jetzt. Gut, Leute, damit wäre der schon mal weg. Scheiße, wo ist mein Kompass? Ey, den brauche ich, den brauche ich, den brauche ich. Oh, oh nein, das ist weit weg. Wir müssen hier weg, wir müssen hier weg. Ich muss was essen. Schnell, ich lass uns hier, ob sie hier am Block schnappen und dann ganz schnell weg hier, ganz schnell weg hier. Oh nein, dann ist auch noch einer. Wir wissen gar nicht mehr, wohin man rennen soll, Leute. Das ist schon wieder so etwas, was ganz schön tricky ist. Übrigens, zu Weihnachten bekomme ich mal einen PC. Freue ich mich extrem. Denn da wird erstmal ein schöner Leitschirm rausgehauen. Zu Weihnachten. Oha! Schnell runter. Ich gucke mal schnell. Okay, wir sind erstmal wieder am Vorsprung. Können uns hier erstmal Rüstung upgraden hier. Können uns die ja schon machen, habe ich gerade gesehen. Was mache ich denn? Ich mache wieder nur Scheiße. Ich würde jetzt gerne das Schwert upgraden. Ich habe Angst, dass ich jetzt gepodet werde. Äh. Aber YOLO. Ich mache es einfach. Soll ich es machen? Nein, ich mache es nicht. Ich gehe in den Teleporter jetzt da rein. Das finde ich cool, dass wir das jetzt mit den Teleporter gemacht haben. Die ist Update. Finde ich richtig nice. Jetzt wird mir nämlich gepodet. Und ja. Land klär ich vor allem in der Kiste. Oh. Sechs Diamanten. Die Runde sieht doch nice aus. Wer vorträgt der Geschwindigkeit. Heben wir uns erstmal auf, falls wir von Notfall wieder wegrennen müssen. Ihr wisst ja Leute, ich habe bis jetzt. Kann wir überhaupt schon mal. Ja, wir haben schon eine Challenge geschafft schon mal. Aber ich hoffe, dass wir trotzdem noch. Ja. Noch mal eine Challenge schaffen werden. Weil ich muss sagen, in sechs verschiedenen Sprachen meine Abmoderation zu sprechen, ist wirklich schwer. Also das werde ich bestimmt nicht schaffen. Also Englisch könnte ich es vielleicht schaffen. Deutsch ist ja auch noch eine Sprache. Ich könnte vielleicht drei Sprachen hingekriegen, wenn es klappt. Bin mir überhaupt nicht sicher. Aber wieso soll ich denn sechs Sprachen machen, Alter? Ich bin doch gar nicht so weitergebildet. Mein Gehirn kann sich doch gar nicht so weiterbilden. Versteht ihr das? Versteht ihr das? Also ich kann es dir nochmal sagen. Bitte unter dieses Video. Schreibt schöne Challenges. Ihr schreibt die Aufgabe, was ich machen muss. Und dahinter die Strafe, wenn ich es nicht schaffe, was ich da machen muss. Nein. Ich will sterben. Nein, 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 nein. Okay, da haben wir den auch. Okay, jetzt schnell was phrasen. Der ist erstmal ein bisschen weiter weg. Erstmal ein bisschen was aussortieren, was wir nicht mehr benötigen. Ich benötige das nicht, das nicht. Das, das, das. Alles fort, Leute. Das fliegt alles in die Tonne. Jetzt werden wir erstmal wieder was. Nettes Craften. Äh, das machen wir uns. Ähm. Das können wir uns noch machen. Eine Goldhose können wir uns noch erstellen. Da fliegt das fort. Und dann rennen wir erstmal weg. Beziehungsweise machen wir erstmal so. Okay. Nice, Leute. Nice, 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 nice. Genau, nice vor allem. Sieht nice aus bis jetzt. Sieht ganz nice aus. Sieht wirklich richtig gut aus für uns. Alter, wenn wir das einfach jetzt schaffen, ne. Da habe ich wieder ein Challenge gewonnen. Das ist richtig nice. Und das ist sogar klar beim ersten Versuch. Das heißt, die drei bleibt oben links stehen. Das würde mich dann natürlich auch sehr freuen, wenn die drei stehen bleiben würde. Und kein Kreuz kommt. Beziehungsweise, ne. Ich verstehe schon gerade nicht, warum ich rüber schlau. Aber es ist gerade danach, 3.15 Uhr. Ich muss eigentlich morgen arbeiten. Früh ist raus. Aber gut. Nachher kommt noch Building Fever übrigens. Äh, zwei Videos heute. Ganz einfach, weil ich Lust habe. Und weil ich es will. Und weil ich euch mag. Ihr magt euch auch, oder? Mögt ihr mich? Ne, ich mag euch auch nicht. Okay, dann hätte ich Spaß. Ähm. So. Beziehungsweise tue ich dem Wasser einmal hin. Okay, Leute. Ich habe zwar keine Koordination hier irgendwie in dem Inventar. Da ist noch eine Ender-Chest. Deshalb habe ich den Trank... Ne, ich habe einen Obsidian-Block genommen. Das ist nice, das ist nice, das ist nice. Gib mir den Trank, gib mir den Trank. Nein, werfen doch nicht weg, du Dummbad. Okay, jetzt werde ich mal ein Schwerd aufrusten. Schärfe eins. Perfekto. 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 Aller. Wir nähern uns einen, den holen wir uns, wenn wir es schaffen. Ich hoffe natürlich, dass wir es schaffen. Da unten ist er. Ja, Frieden. Frieden? Okay, Leute, ich will kein Frieden machen, ihr kennt mich doch. Wir machten schon Frieden in anderen Games. Ich bin tot. Da habe ich alles Karton und gekloppt. Kann ich nichts machen, Leute. Richtig mies eigentlich, dass er mich so zur Seite boxen kann. Aber ich würde sagen, jetzt steht da oben noch zwei Punkte. Und wir sehen uns gleich bei der nächsten Runde. Jo, Leute, dann bin ich herzlich willkommen zurück zur zweiten Runde. Jetzt haben wir ja die erste Runde leider gut gespielt. Der Anfang war wirklich gut. Ich habe gedacht, wir schaffen es wirklich, bis dann dieser Spieler kam und uns einfach runtergeboxt hat. Fairerweise war das eigentlich nicht fair. Aber gut. Zweite Runde beginnt jetzt. Ich habe wieder das Getreus vorgenommen. Dann würden wir uns wieder schnell Sachen craften können. Okay. Und wir holen schnell den Baum hier ab. 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 Übrigens werde ich das einführen, dass meine Abonnenten mit bei Edge.Chance dabei sein können. Beziehungsweise mit meinen Aufnahmen mit dabei sein können. Schreibt mich dann an und dann klappt das schon. Können wir in TeamSpeak gehen und dann aufnehmen. Ich habe auf dem TeamSpeak meinen eigenen Channel. Da können wir dann drauf kommen. Alter, haben wir jetzt. Ich habe schon etwas viel bekommen. Da war es mich ärgert. Hä, was ist jetzt, Alter? Ich habe herausgefunden, wenn ich ohne Edge-Track spiele, dann komme ich bei mir überhaupt nicht. Aber ich kann jetzt nicht die ganze Zeit ohne Edge-Track spielen. Das sieht dann auch doof aus, oder? Sieht das denn doof aus? Ich weiß nicht. Oh, jetzt aber schnell, jetzt aber schnell, jetzt aber schnell. Gehen wir doch das Eisen. Achso, das habe ich schon. Nein, 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 nein. Oh. Schaffe ich nicht. Schaffe ich das? Oh. Ja, wir haben es geschafft. Nice. Versuchen wir uns gleich mal den ersten Spieler zu holen, der dort. Oh nein, die Bus- äh, die Kämpfung. Kämpfen die gerade? Ne. Den haben wir weggehauen. Oh, weg hier erstmal. Oh nein. Hier ist irgendwo einer. Das ist schlecht, das ist schlecht. Oh, hinter mir ist einfach einer. Ja, genau, Alter. Du blöde Weißwurst, Mann. Dummes Scheißkind. Das regt mich schon wieder so auf, Mann. Nix schaffen wir. Nix schaffen wir einfach, Leute. Es ist so sinnlos. Es macht einfach keinen Spaß, Alter. Was ist das so? Bis gleich. Letzte Runde, Alter. Fadze. Jo, Leute, damit herzlich willkommen zur letzten Runde. Leider. Wir hatten doch zwei so gute Runden. Immer mit dir. Ich werde aber immer muss uns einer gleich wieder von hinten erledigen. Es regt einfach so auf, Leute. Wir werden die Challenge wieder nicht schaffen. Könnte ich jetzt schon wetten, dass wir die Challenge wieder nicht schaffen. Ähm, dann muss ich versuchen, irgendwie meine Abmoderation in verschiedenen Sprachen zu sprechen. Kannst du jetzt schon sagen, dass ich nicht schaffen werde. Aber okay. Also eigentlich, wenn ich einmal die Strafe nicht schaffe, gibt es dann auch noch mal eine Strafe. Wenn man die Strafe nicht schafft, dann gibt es ja wieder eine Strafe. Wenn man die Strafe nicht schafft, dann ist das ein Endlöschleife eigentlich. Egal, die Strafe kann ich eigentlich nicht schaffen, weil ich bin, ich weiß nicht, wie das auf Spanisch heißt. Ich kann es in Google-Übersetzer eingeben und das dann irgendwie versuchen nachzuplabbern. Aber ganz ehrlich, Leute, ich bin gar ein Genie da drin. Ich kann sowas nicht. Ich bin zu pleiter vier. Da ist eine Endergeste, die ist bestimmt schon leer. Ja, wieder zwei Diamanten, das gibt es nicht alle. Wir haben immer so ein Glück. Jetzt möchte ich bitte diese Runde gewinnen. Das wäre perfekt. So, gehen wir mal wieder in den Holz. Vielen herzlichen Dank. Damit können wir erstmal hier das machen. Scheiße, ich brauche noch mal Holz. Gib mir das hier. Gib mir, gib mir, gib mir. Das, 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 alles klar. Rüstung können wir uns leider nicht machen, da sind wir schon mal wieder im Nachteil. Was natürlich mal wieder richtig doof ist. Vielleicht ist es irgendwie, da ist das Kid Holz verletzen, aber ich glaube irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht ist das Kid Kamenian. Das perfekte Kid zu finden ist irgendwie die Kacke. Oh, jetzt hat es gerade geleckt. Weiß nicht warum. Aber der wird sterben. Okay. Leute, ich klicke gerade wie ein Blöder hier drauf. Ich hoffe, dass es nicht weiter leckt. Wäre echt unangenehm. Wir haben wieder drei Diamanten. Und noch ein Diaschwerzwerfbarer Trank der Geschwindigkeit. Giss ist alle, du frisst deinen Goldapfel nicht. Der einzige, der jetzt ein Goldapfel ist, bin ich. Okay, den haben wir doch gut zerlegt. Nein, hier ist wieder einer. Ne, ich nähere mich ein. Ich bin noch so blöd, ey. Warum gehe ich noch hin? Scheißegal, 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 scheißegal. Ich habe einen Goldapfel. Soll er kommen. Soll er kommen, Junge. Ich nehme mir meinen Geschwindigkeit dran. Ich bin schrutt. Okay, Leute. Hey, ich muss schon sagen. Das hätt ich nicht gesagt. Das hätt ich mir da Rüstung gerade noch bekommen. Das hätt ich jetzt wirklich nicht erwartet. Aber ich meine, um sie besser, ne? Alles klar. Alter, wenn das das schaffen, dann wieder alle guten Dinge sind rein, ne? Dann haben wir es wieder geschafft. Ich nähere mich jetzt einfach den Typen. Dann geht er mir auf den Nerv. Ich will den loswerden. Aber vielleicht kommt er sich auch mit Bombenrüstung an und alles sowas. Weiß man alles nicht. Gut, dann wäre der schon mal weg. Alter, jetzt sieht es wirklich gerade richtig gut aus. Ich würde hier alle zerlegen, Alter. Jawohl! Mein Gott, Leute, Alter. Es läuft hier bei mir falsch gerade. Eigentlich gar nichts. Okay, nice, 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 nice. Ich freue mich schon wieder so richtig, ey. Wir sind der Goldman in Person. Beziehungsweise haben wir Eisenschuhe. Okay, der ist erstmal weiter weg. Da können wir erstmal... Das brauchen wir auch nicht mehr, diese dumme Spitzhacke. Ich würde was essen. Der Goldappel kommt dorthin. Der dorthin, eher gesagt. Kürbenskuchen, muss alles aneinanderstehen hier. Nice, Leute. Oh, die Runde sieht doch gut aus. Die Runde sieht doch gut aus. Ich freue mich so, ich freue mich so. Die Runde sieht gut aus. Wir haben die alle zerheckt. Zerheckselt haben wir die einfach eiskalt zerheckselt. In den Hexlock geworfen und dann wurden die zerheckselt. Ich glaube, so eine Müllkacke hier. Ach, jetzt ist Reffelswurf. In Deutschland, der erste Reffelswurf. Ja. Ey, wenn wir jetzt wieder wegen irgendeinem unnötigen Tod sterben, ne? Alter, ich flippe es so aus. Ich schmeiße meinen Rechner weg. Ich bekomme eh bald einen neuen. Nein, natürlich, ich möchte den nicht weg. Ich muss ja vorher schon Videos machen. Das wäre extrem scheiße, wenn ich den wegwerfen würde. Ich entfahne mich. Diesmal will ich schon komplett in den Krieg gehen. Diesmal gehe ich drauf. Aller No RISTS, No Fun, sage ich einfach. Ich sage einfach No RISTS, No Fun. Ich könnte ja vorher meinen Goldappel noch frayzen. Ich weiß nicht, was der Verrüstung hat. Oder den hebe ich mir einfach auf. Ich glaube, den hebe ich mir auf sogar. Welche Rüste? Geht denn der? Die da. Ja, hier lang. Hier lang, hier lang, hier lang. Jetzt geht der. Also irgendwie kann ich nicht entscheiden, wo er lang geht. Hey, ist doch die... Hä? Ein komischer Typ. Ein komiker Typ. Komiker Typ. Ich vergesse mal, in die Kamera zu schauen. Aber wie soll ich denn das machen? Kann ich jetzt joggen? Und die... Joggen. Genau, joggen. In die Kamera zu schauen. Bald wird wieder ein Dual kommen. Mit Chaka und mir. Ein Monat ist er wieder rum. Ja, ist irgendwo. Okay, okay. Jetzt echt mein Goldappel. Jetzt gehe ich drauf. Dann kommt mir nicht. Dummer Penner. Oh, der mit seinem Feuer. Dummer Affe, der nervt mit seinem Feuer. Hä? Klar trifft er mich gleich. Okay, Leute. Haben wir auch zeichselt. Ähm, das wäre... Ey, warte, ich guck mal, was er für Sachen hat. Er hätte noch ganz schön gute Sachen liegen sogar. Ja, das hier zum Beispiel. Regeneration. Ja, das hier noch. Ja, noch so viele gute Sachen, ne. Ich habe es auch keine Zeit, das irgendwie alles wegzuwerfen. Zum Beispiel Craften. Könnte ich ja mal probieren. Warte, warte ich erst auf den nächsten Port. Oh mein Gott, hier war jemand. Nee, doch nicht. Ich habe wieder so physische Kräfte im Arsch. Alles klaro, Paparo, Papaya. Ach stimmt, wir haben ja nicht mehr. Dann tun wir das ja einfach weg. Ender Point. Dann tun wir das dorthin. Das letzte brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Alles so unnötiges Zeug. Wenn ich jetzt richtig viel Zeit... Oh mein Gott, hier ist er noch. Oh, da war einer, Alter. Das habe ich gar nicht gemerkt. Das kam so schnell. Wie viele Pfeile haben wir? Pfeile, 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 Pfeile. Wir haben gar keine Pfeile. Äh, doch, wir haben Pfeile. Ach so, 16, ja. Alles klar. Oh, jetzt bin ich aufgeregt, Leute. Drei... Wir sind zu dritt, ey. Die Folge geht richtig lange. Ist mir auch egal. Weil, ähm, dafür gewinnen wir jetzt sogar vielleicht, ne? Die Folge geht wirklich sehr lange, aber dafür gewinnen wir. Oder würde ich mich so freuen, ne? Haben wir einen Goldapfel? Scheiße, scheiße, scheiße. Das ist jetzt nicht... Nein, nicht trinken. Oh, ho, 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 ho. Dem Minus nur nur im Nullfall, meine Freunde. Nur im Nullfall. Kann auch sein, dass sie im Team sind, ey. Das wäre richtig mies. Jetzt nähern wir uns, jetzt nähern wir uns stark. Was ist jetzt stark? Wir nähern uns einfach. Yolo. 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 Ich will mich. Hä? Wo sind die jetzt? In die Richtung. Immer weiter. Weil die rennen manchmal immer so komisch, ey. Stehen die wohl, die lang rennen? Das ist manchmal richtig komisch, ey. Können die jetzt mal bitte kommen? Hier lang. Hier lang. Ja, perfekt, perfekt, perfekt. So immer in die Richtung halten. Nee, jetzt empfangen wir uns. Hä? Dann dort lang. Auch nicht. Und so schräg vielleicht. Ja, hier. Hä? Das ist so komisch. Leute, ey. Die hauen immer ab. Was soll denn das? Bleibt doch mal jetzt hier und kämpft. Oder seid ihr so welche Lappen? Ich bin bereit für euch. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Hinter uns ist der jetzt gespawnt. Oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ihr müsst es mir sagen. Da, in die Richtung, in die Richtung. Oh ja, jetzt hier. Kann das sein, dass er auf dem Turm so ist? Nö. Dann ist er. Hä? Was ist denn? Ich seh ihn nicht mehr. Da, so. Jetzt reicht's, blöder Penal. Warum hauen die immer ab, Alter? Versteh nicht die Logik? Warum hauen die ab, Mann? Haben die so einen Schiss, oder was? Wollen die aufs Finale warten? Na, jetzt komm ran hier. Ey, komm, du bist gerade stehengeblieben. Jetzt kommst du auch ran. Na gut, auf so einen Penal hast du überhaupt keinen Bock. Ach, der will immer einen Bogenkampf. Ey, das ist immer verrückt. Einfach, ich schau nicht ab. Ey, das macht keinen Spaß mehr, Leute. Äh, ich weiß nicht, ob ich das dann irgendwie cutten soll. Ich mach das dann cutten ganz spontan einfach zum Finale hin. Weil das hat wirklich keinen Sinn, was ich mache. Also, was die machen, hat keinen Sinn. Besser gesagt. Was fehlen uns jetzt noch mit Eisen? Brustpanzer. Da haben wir relativ gute Rüstung. Was heißt relativ? Wir haben gute Rüstung. Jetzt brauchst du Eis nicht mehr, Mann. Ach, die Scheiße weg. Das hat keinen Sinn, Alter. Was habt ihr denn? Tschüss, Alter. Alter, Alter, hier, Alter. Das ist sinnlos, Leute, ey. Ich sitze hier noch bis sonst irgendwann. Bis tausend Jahre sitze ich hier noch. Wir sind im Finale. Oh, wir sind im Finale, Leute. Wir sind im Finale. Ja. Gott. Nein. Ich bin aufgeregt. Ich geh jetzt ran. Ich geh jetzt drauf. 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 Komm her, komm her, komm her. Wo ist der? Wo ist der Wichser? Nein, zau dir wieder ab. Hier hat ich mich abgehauen. Du dummer Arschloch, Alter. Hat er kein Schwert? Nein. Nein, 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 nein kann ich sein aber ich war das ein strafe erste sprache mit deutsch an juli wenn es gefallen hat aber nicht mehr kanal ist es für nichts mehr laut reinschauen wir haben ein englisch juli juli wenn you have liked this video denn subscribe uwe sieh den ex video goodbye ihr und tdv und mehr weiß wirklich nicht leute ich bin durchschnittsdeutscher wieso ich sechs andere sprachen müssen ich bin als ich arbeite als lagolikistiker da brauchst du kein französisch oder sowas ich weiß bloß deutsch und englisch leute und deswegen sehen wir uns schreibt in diesem video noch ganz viele challenges plus strafe bitte dahinter damit die serie weitergeht und lustige challenges wieder drauf kommen ihr könnt zum beispiel wieder schreiben dass ich was essen soll oder irgendein getränk mixen soll zum beispiel cola mit irgendwas eh gehackten dazu habt ihr schon gute ideen gehabt und ja dann sehen wir uns beim nächsten mal haut rein ciao euer tdv tja 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 tja